Unikat und Unikat-Serien von B2NEW, was bedeutet das? Jedes unserer Produkte ist ein Einzelstück, auch wenn sie unter Zuhilfenahmen von Formen produziert werden. Beispielsweise unsere Vasenserie TARA. Hier ist der Sockel immer identisch in Form und Größe, aber trotzdem gibt es etwas unterschiedliche Färbungen, etwas unterschiedliche Lufteinschlüsse und auch deswegen ist kein Produkt wie das andere. Wir nennen das Unikat-Serie. Unsere Tische aus der Betest-Serie sind alles Unikate. Auch hier haben wir zwar eine Form, um die Tischplatten abzugießen, aber die Kante wird jedes Mal neu abgebrochen und deswegen ist kein Stück wie das andere.